Dort Hohberg, Spielplatz sind jetzt Kinder, da gehe ich jetzt nicht hin, regnen tut es auch nicht. Aber da unten, habe ich heute in der Zeitung gelesen, im Merklinger Ried sollen Moor birken. Gehen wir ein bisschen weiter, spricht sich besser. Moor birken gepflanzt werden, mein Arbeitgeber ist da auch beteiligt, das finde ich gut. Ich will ja, sobald ich in Rente bin, auch Bäume pflanzen. Wie gesagt, das Wichtigste, was man jetzt für die Menschheit tun kann, nicht das Wichtigste, aber ein wichtiger Punkt. Also 1995 habe ich einen Arzt kennengelernt, weiß nicht, ob der noch lebt. Der ist mit so einem Zackenrädler übers Knie gefahren und hat dann einen Aids-Test gemacht, also 1995, vor 28 Jahren. Oft war ich nicht beim Arzt. Alle drei Monate vielleicht, wenig Verbindungen, also Blutdruck und so. Und dann halt einmal, ja, die Werte, das rate ich dir in so einem Alter. Und da oben bin ich jetzt nah, meine ich hin. Regnen tut es auch nicht. In diesem Sinne, ich muss jetzt mal hier eine kurze Pause einlegen. Und dann geht es vielleicht wieder weiter. Und heute ist es tatsächlich so. Hören Sie das? Da ruft einer. Aber nicht nach mir, sondern nach dem Ball. In diesem Sinne. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.